Falls du diese Limited Edition von DM von Balea feierst, renn zu DM, jogg zu DM, lauf zu DM, Bro, ist mir egal, geh einfach hin, denn sie geht in den Ausverkauf. Balea hat ja diese Blossom Dream Limited Edition mit verschiedenen Sachen wie Trockenshampoo, Duschprodukte und allerlei. Ich habe sie nicht getestet, ich kann nicht viel dazu sagen, aber da es eine Limited Edition ist und sie jetzt rausverkauft wird, wollte ich dir einfach mal Bescheid sagen, falls du sie feierst, falls du sie kaufen willst, denn sie geht jetzt raus. Das war es auch, folgt mir gern für mehr Beauty News.